Herzlich Willkommen zu dieser kurzen Hypnose, mit der Du Gesundheit für Dich manifestieren wirst. Optimal wäre es, wenn Du dies dreimal pro Tag hören kannst, also morgens beim Aufwachen, mittags nach dem Essen und abends vor dem Einschlafen. Höre dies über eine längere Zeit, bis Du von der Krankheit dauerhaft geheilt bist. Mache es Dir ganz bequem, wenn es geht mit aufrechtem Körper, ansonsten ist Liegen auch okay. Und schließe Deine Augen. Du wirst jetzt immer ruhiger, immer gelöster, immer entspannter. Ruhig und gleichmäßig geht Dein Atem. Ruhig und gleichmäßig atmest Du. Alles um Dich herum ist unwichtig. Es könnte noch so laut sein, nichts stört Dich. Du wirst immer ruhiger, immer gelöster, immer entspannter. Du lässt alles los. Du lässt Deine Schultern los, Deine Oberarme, Deine Unterarme, die Hände. Du lässt Deine Beine los und Deine Füße. Du kommst immer mehr zur Ruhe. Alles ist unwichtig. Langsam zähle ich rückwärts von 5 bis 1. Mit jeder Zahl, die ich ausspreche, spürst Du, dass Du immer müder wirst, dass Du immer tiefer und tiefer treibst. 5 Du treibst wie auf Wellen gezogen. 4 Du fühlst Dich wohl in Deiner Müdigkeit. Dein Kopf ist frei und klar. Die Gedanken, sie kommen und gehen. Sie berühren Dich nicht mehr. Alles ist ganz weit weg und verschwindet mehr und mehr im Nichts. 3 Du löst Dich noch mehr von Deinem Körper. kein Muskel ist mehr angespannt. Du fühlst Dich wohl, sicher und geborgen. Du spürst diese angenehme Ruhe in Dir und treibst immer tiefer und tiefer in diesen angenehmen Schlaf. Du lässt alles los. Lässt Dich einfach treiben und genieß dieses angenehme Gefühl, sich einfach von allem Negativen, von allen Ängsten zu trennen, sie zurückzulassen und ganz befreit und erleichtert in eine glückliche und zufriedene Zukunft zu treiben. 2 Du fühlst Dich wohl dabei. 2 Das Blut zirkuliert wunderbar durch Deinen Körper. Alle Organe, sie funktionieren tadellos. Alle Blockaden in Deinem Körper sind aufgelöst. Die Energie, sie fließt ganz ungehindert durch Deinen Körper. Alles löst sich. Alles entspannt sich. Alles regeneriert sich. Alles fühlt sich ganz angenehm an. Dein Bauchraum und Dein Brustraum sind wunderbar entspannt. Alle Muskeln in Deinem Körper sind gut und warm durchblutet. Alles fühlt sich wunderbar entspannt an. Du fühlst Dich befreit und erleichtert. Und Du spürst wieder diese innere Gelassenheit, Heiterkeit, Sicherheit und Leichtigkeit. Alles fühlt sich ganz angenehm an. 1 Mit jedem weiteren Wort, das ich ausspreche. Und jedes Mal, wenn Du dieses Wort von mir wahrnimmst, Schlaf, spürst Du nun, dass Du noch viel tiefer treibst. Schlaf und fühlst Dich wohl in Deinem Schlaf. Schlaf und entspann. Schlaf und entspann. Wohl fühlst Dich wohl in Deinem Schlaf. Wohl fühlst Dich in Deinem Schlaf. Immer tiefer und immer fester wird Dein Schlaf. Schlaf und fühle Dich wohl dabei. Schlaf und entspann. Tief und entspann. Tief und fest ist Dein Schlaf. Tief und fest. Weit ist das Tor zu Deinem Unterbewusstsein geöffnet. Alles das, was ich Dir sage. Es dringt ganz tief in Dein Unterbewusstsein ein. Dein Unterbewusstsein bewirbt und muss danach handeln. Du bist nun vollkommen offen für neue Ideen. Dein Körper ist in Wahrheit eine Manifestation Deines Bewusstseins, weil Du ihn beobachten kannst. Dein Bewusstsein ist reiner, unkonditionierter Geist, reine Liebe. Reine Liebe manifestiert immer die höchste und reinste Ausdrucksform des Körpers. Also sollten wir Dein konditioniertes Bewusstsein von jeglichen selbstverurteilenden Denkmustern befreien, indem wir ihm die bedingungslose Selbstliebe implizieren. Stelle Dir nun vor, Du bewegst Dich an einem wunderschönen Strand. Du spürst, wie Deine Füße und die Zehen eintauchen in den warmen Sand. Und auch der Wind, der die Haut Deines Gesichtes berührt, fühlt sich wunderbar angenehm warm an. Die Sonne lässt ihre ordnenden Strahlen mit einer sanften Wärme auf Deiner Haut nieder. Bis in die scheinbare Endlosigkeit dehnt sich das blaue Wasser des Ozeans aus und Du hörst das beruhigende Rauschen der Wellen an Dein Ohr dringen. Dies ist ein so wunderbar friedlicher Ort. Und wie Du diesen Frieden und diese Liebe Deines Bewusstseins spürst, da lässt Du diese Eigenschaften vollständig in Deinen unbewussten Geist einfließen. Stell es Dir vor, als ob die Liebe Deines Bewusstseins genauso in Deinen unbewussten Geist einfließt, wie die Meereswelle es am Strande tut. Mit jeder Welle wird die Liebe in Dein Unterbewusstsein gespült. Die Liebe wäscht all Deine Urteile und negativen Glaubensmuster hinweg. Du bist nun befüllt mit reiner und vollständiger Selbstannahme. Du hast Dich nun mit Deiner Liebe vollständig angenommen und große Freude kommt in Dir auf. In jedem Aspekt Deines Seins sagst Du Ja zu Dir. Du nimmst Dich komplett an, wie Du bist und fühlst fortan diesen Frieden, der damit einhergeht. Und je mehr Du meine Stimme hörst, umso mehr entspannst Du ganz natürlicherweise und gehst tiefer und tiefer, tiefer als jemals zuvor. Du fühlst Dich immer entspannter mit jedem Wort, das ich sage und mit jedem Ausatmen, das Du tust. Du entwickelst jetzt Tag für Tag immer mehr Selbstliebe in Dir und nimmst Dich zu 100% an, wie Du wirklich bist. Deine Selbstliebe ist nun vollständig und Du fühlst Dich fantastisch. Deine Energie ist großartig und strahlt auf Deinen Körper grenzenlose Heilkraft aus, sodass Du Dich wirklich geliebt und mit grenzenloser Heilenergie durchdrungen fühlst. Und wie Du jetzt anfängst, Dich ganz angeregt zu fühlen, da werde ich runterzählen von 5 bis 1. Und Du gehst tiefer und tiefer, tiefer als jemals zuvor. Höre auf die Zahlen. Und bei jeder Zahl, die Du hörst, gehst Du natürlicherweise tiefer und tiefer. 5. Ruhiger und immer ruhiger. 4. Sinken in die absolute Tiefe hinein. 3. Lasse Dich in die tiefste Heilkraft sinken. 2. Entspannt in die Heilkraft der Liebe eintauchen. 1. Vollkommen entspannt in die Liebe eingetaucht. Du bist nun tiefer als jemals zuvor. Und während Du an diesem wunderbaren Strand bist, da möchte ich, dass Du an Deine Intention denkst, an die Gesundheit, die Du willst. Und umso mehr Du meine Stimme hörst, desto tiefer geht Dein Geist und Du bemerkst, dass Du jetzt gesund bist. Du bist jetzt vollkommen zuversichtlich. Und umso mehr Du an diesem Strand entlang gehst, denkst Du wieder und wieder, dass Du einen vollkommen geheilten Körper hast. Du bist ganz zuversichtlich jetzt. Du bist jetzt ganz und vollständig gesund. Und umso mehr Du meine Stimme hörst, umso mehr gehst Du tiefer und tiefer, mehr als jemals zuvor. Und wie Du auf dem Strand gehst, da bemerkst und siehst Du Deine Heilung und Dein körperliches Wohlgefühl. Du kannst Dich als Bild sehen, wie Du vollständig geheilt bist. Und wie Du so entspannt bist an diesem Strand, da möchte ich, dass Du Dich in dem Bild siehst. Du siehst, wie Du Dich vollkommen gesund an diesem Strand bewegst. Und ich möchte, dass Du Deine Gesundheit siehst. Und ich möchte, dass Du das Bild größer machst. Und ich möchte, dass Du das Bild heller machst. Du könntest anfangen, Aufregung und Freude über dieses Bild Deines gesunden Körpers zu empfinden. Es ist für Dich ganz leicht, den Zustand von Gesundheit in Dir und Deinem Körper zu spüren. Denn Du bist ab jetzt absolut gesund und vital. Du hast jetzt Deine perfekte Gesundheit manifestiert. Dein unbewusster Geist erschafft gerade die Lösungen, die Dein Verlangen nach Gesundheit manifestiert. Genau jetzt. Und ich möchte, dass Du zu Dir selbst sagst im Geiste, dass Du dankbar bist, um das Du Deine Gesundheit manifestiert hast. und Dein Wunsch und Dein Traum und das Verlangen nach perfekter Gesundheit jetzt erfüllt ist. Ich möchte, dass Du jetzt die Dankbarkeit fühlst, dass Dein Ziel von der perfekten Gesundheit sich jetzt manifestiert hat. Und fühle auch die grenzenlose Erleichterung, die Deine Gesundheit jetzt für Dich gebracht hat. Du spürst den ganzen Tag Erleichterung. Denke daran, wie positiv Dein Leben nun ist. Sieh, wie alle negativen Gedanken verschwinden, sich auflösen. Die Liebe in Dir löst und bereinigt alle Selbstverurteilungen auf und ersetzt sie durch Selbstliebe. Du nimmst Dich nun mit allem, was Dich ausmacht, vollkommen an. Nun fühlst Du Dich zuversichtlich. Du fühlst Dich sicher und geborgen. Genau jetzt kannst Du Deine Gesundheit sehen, wie sie sich manifestiert hat. Genau jetzt. Weil Du jetzt optimal gesund bist. Weil Du vollkommen gesund bist. Jetzt. Weil Du einfach fantastisch bist. Jetzt. Du hast einen Selbstheilungskörper. Jetzt. Deine Energie ist um das Zehnfache angestiegen. Umso mehr Du meine Stimme hörst, umso mehr wirst Du sicher sein, dass jetzt alles in Deinem Leben absolut perfekt funktioniert. Du fühlst Freude und Du fühlst Gesundheit und Vitalität. Und gleich zähle ich von 1 bis 10. Und wenn Du die Zahl 10 hörst, dann öffnest Du langsam Deine Augen. Du fühlst Dich sehr zuversichtlich. Du fühlst Dich machtvoll. Du fühlst Dich extrem stark. Und Du fühlst, dass Du jeden Gesundheitszustand haben kannst, den Du willst. Jetzt. Ich zähle nun von 1 bis 10. Und wenn Du die Zahl 10 hörst, dann öffnest Du Deine Augen. Du fühlst Dich erfrischt und unglaublich wohl. Du fühlst Dich vollkommen zuversichtlich. Und Du fühlst Dich sehr mächtig und reich an Energie. Du fühlst Dich, dass die Manifestation Deiner Gesundheit stattgefunden hat. Dass sie Wirklichkeit geworden ist, genau jetzt. Du fühlst Dich so voller Liebe. So kraftvoll und energiereich wie nie zuvor. Also, 1, 2, 3, 4, 5, komme langsam wieder aus der Trance. 6, 7, 8, 9, 10. Öffne Deine Augen. Du fühlst Dich nun absolut zuversichtlich. Vielleicht etwas aufgeregt, aber voller Energie. Und Du fühlst Dich dankbar und erleichtert, weil Du Deine Gesundheit in allerbester Weise manifestiert hast. Ich wünsche Dir das Beste.